Wir machen Männer gegen Frauen. Ich drücke auf Match starten. Sarah, was sagst du zu meiner Beziehung? Innerhalb 24 Stunden vorbei. Bin ich jetzt auf deiner Seite Engelhaber? Warum sagst du das, Mo? Ich will mit Engelhaber sein. Sarah, was sagst du zu meiner Beziehung? Innerhalb 24 Stunden vorbei. Welche Beziehung? Mit Güelle und sie hat mein Ladekabel geklaut. Was sagst du dazu? Sie soll mir deine Ladekabel wiedergeben. Mo, weißt du, was krank ist? Wenn du schon klaust, du klaust doch den Adapter auch. Lass den Adapter lassen. Nur den Kabel. Irgendwie tut sie mir leid. Also ich finde das schade. Bro, schau mal. Mo, ich bin auch wie du, Bruder. Ich traue auch immer Menschen, die von Slum kommen und so unterstützen. Ich komme ja auch von L.A. Ich bin ja gebürtig Amerikaner und Mexikaner. Weißt du? Ich habe ja auch damals nichts gehabt. Ja, ja, Bruder. Bist du in Amerika gewohnt? Ich bin Amerikaner, Bruder. Bruder, ich weiß bei dir leider nicht mehr, wann ich sie glauben kann und wann nicht. Bruder, meine Vergangenheit war auch schwer wie Tupac. Weißt du? Deswegen, ich tue immer so... Was, gibst du das Lachen? Ja, okay, weiter. Ja, genau. Und Bruder, ich habe auch schwerer Vergangenheit. Ich kenne Leute, die von Slum kommen. Ich habe auch früher nichts gehabt. Weißt du, ich habe mir alles schwer aufgebaut. Bruder, hatten wir doch alle nichts. Wir hatten doch alle nichts früher. Das stimmt. Keiner ist mit Goldminder zu dem Mund gebuchen. Mo, warte mal Mo. Ich bin gerade bei der Arbeit, Bruder. Ja, den Dankeschön. Ich bin gerade... Scheiße, der fliegt da aus. Markus! Markus! Warte mal, Markus, Bruder. Alles wird gut, Markus. Alles wird gut. Ach, brav, wo's war? Ich bin gut. Ich bin da, Markus. Alles wird gut. Mo, ich bin da. Ich tue Opa's Pflegen, Bruder. Ich fühle mich auch echt hässlich. Was ist los, Bruder? Ist alles okay? Ich bin bei Altersheim, Bruder. Mein Nebenjob. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, der hat die Glocke gedrückt. Der denkt, der ist Türke und drückt immer die Notting und denkt, der ist Türke und redet türkisch. Boah, das ist richtig korrekt von mir, Bruder. Das ist da jetzt... Komm mal, Bruder. Einmal, Bruder. Oh, Hammer. Echt. Das ist voll lieb. Ja, was jetzt mit dem Ladekabel? War das Original von Apple? Nein, das war nicht Original von Apple, aber... Ja, dann. Ihr kaut dich geklaut. Balagwello will gleich mit mir reden. Ich werde gleich mit dir reden. Schicke eine Rechnung. Es gibt immer zwei Seiten. Hast du Magen, mein Bruder? Hast du Magen? Bruder, die Leute sagen, das ist dein Vater. Bist du im Altersheim oder nicht? Das war mein Vater, Mann. Ich war das Schwach. Balei, Bruder. Ja, was machst du? Bruder, was ist los mit dir? Ich dachte, du bist so ein Assi. Ich glaube dir alles jedes Mal. Bruder. Ich werde dich fragen, warum die Leute sperrst. Die kommen alle hier rüber und sagen, wie soll ich denn jemanden sperren? Wie soll ich denn jemanden sperren? Ich weiß nicht immer, wie TikTok funktioniert. Diese Mädels, so sehr alt ist sie in Ordnung, das würde ich sie nicht reinlassen. Vielleicht mache ich eine neue Beziehung, entweder mit Zara oder Claudia. Ich muss mich neu entscheiden. Und wie lange geht die dann? 12 Stunden? Oder 48 Stunden? Oder 24 Stunden? Ich habe noch nichts erlebt. Nach 24 Stunden Beziehung haben wir nach oben. Bubi! Waren das wenigstens schöne 24 Stunden? Ja, ich sage mal so, Bruder. Die war schon okay. Die war wirklich okay. Die war wirklich okay. Weil, weißt du, die hatte echt niemanden. Die hatte eine schwere Vergangenheit. Aber man muss halt eine Entscheidung treffen. Weißt du, wie ich meine? Entweder Fans oder Fans. Ich glaube, die Leute schreiben, dass Corona, stimmt das? Bitte? Weil, ich glaube, Corona ist ja Fragen. Stimmt das? Ob ich Corona habe? Ob sie Corona hat. Ob es ihr nicht gut geht. Wer denn? Claudi. Mich? Achso, hast du Corona, Claudia? Nö. Siehst du auch? Ja, Leute, haben wir geschreit. Ich bin so dumm, wirklich. Die ist schwer krank, ja. Die ist so richtig hart dumm. Bruder, aber ist dein Vater krank oder ist alles okay? Alles okay, Bruder. Der ist fit. Er hat heute Geburtstag. Nein, ich habe erst noch... Der ist selber gerade live. Ey, der geht live. Ey, Linda, danke. Ich will mal auch mal mit ihm reden. Ja, geh, du Raptor aus, Mann. Wie, wie? Keine Spitzen, aber Raptor aus, Mann. Kannst du den vielleicht mal reinholen? Ja, jetzt gerade... Der ist live, da musst du mal reingehen und dir folgen. Die Leute machen... Ey, die gewinnen! Bitte! Danke für die Geschenke, Leute. Aber wir fangen ja erst um 0 Uhr an, Leute. Bube! Du wie? Danke, Bruder, mein Schatz. Oh, Gülkan, danke, mein Bruder. Wala, der Gülkan-Ehrenmann, ja. Leute, Kikos, die kommen gleich sofort. Äh, Mo, du kannst dein Ding machen mit Güelo, wie du willst, Bruder? Okay. Linda, Elli, Aichnur, Leon. User. Leute, warum geht ihr mich rüber und schreibt es dort? Ist ja ernsthaft. Dankeschön. Warum schreiben die Leute, schmeiß mal Sarah raus. Sarah ist doch lieb. Na, ich war nicht durch die MC mit. Nein. Ja, wenn ich die ganzen Sachen hier vorlesen würde, ihr würdet euren Kopf schütteln, ohne Witz. Naja, das ist hart, ne? Ich hasse sowas. Aber was ist das Feuerzeug? Die Leute sind immer krank mittlerweile. Mann, die wollen alle noch dritt mal auf dieser Plattform machen. Mehr ist das alles hier nicht. Ganz ehrlich. Das ist wirklich hart. Das ist so schlimm geworden. Ich will kurz mal Feuerzeug. Die man hat geantwortet. Ihr könnt alles auf meinem Profil gucken und auf Instagram. Mo, unterstich, Abdallah. Er hat geantwortet. Der ist ein Mann. Er wird kämpfen. Er wird kämpfen. Kennenbleiben! Mann, ich sage mal, Mo. Ali, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mein Bruder, ich gehe wieder weiter. Du kannst jedes Jahr später kommen, aber ich gehe bis jetzt weiter. Okay, okay. Ich gehe bis später.